Marke Nittregen. Yay! So. Ach. Lead Rod. Was ist denn ein Lead Rod? Oh. 18 bis 27. Äh. Da ist mein Schwert. Stärker. Das kann ich verkaufen. Das ist gut. Stirbknochenmann. Aha. Hier wird wohl kaum. Ja komm. Nachher ist es doch der. De. 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 Stone. Gestatten. Stone. Noch ein Leadrot. Yay. 75. Bing. So, 9.50. Reicht. Komm. Out of order. Ja, wie kriege ich das wieder? In order? Hm. Ja, das sind jetzt so die Tage im Winter, ne? Hm. Morgens die Tiere versorgen und dann Abenteuer machen. Abenteuer. Kann man immer gebrauchen. Ein wenig Schlamm muss sein. Dann kommt der Spaß von ganz aller... Alter. So. Ähm. Da, da. Da, da. Die verkaufe ich mal. Hä? Wo ist denn das andere? So. Mist. So. Äh. So. So. Ach du Scheiße. Da und da. So. Dann haben wir das. Ah, warte. Hier ist die Cave Carrot. Das. Ach komm. Tu das hier rein. So. Was haben wir hier? Ah, White Plum haben wir noch. Das brauchte ich doch irgendwo. Krokus. Tu auch mal hier rein. Äh. Boah. Was ein Moks. Warte mal. So. Das hier ist meine neue Truhe mit nur so Kram. Gut. Da tu ich den rein. Den. Ich glaube das habe ich. Ne? Habe ich sowas nicht? Maginettring. Ja. Habe ich. Dann kann ich vertickern. Das ist gut. Das ist gut. Gut. So. Ich kann aber wenigstens schon mal hier drei davon machen. Ernsthaft? So. Kein Platz mehr. Kein Platz mehr. Weißt du was? Es reicht. Es reicht. Wirklich. So. So. Ich hab noch mal. Ich muss nicht mal so weit laufen. und schon ist wieder zwölf Uhr. Ist ja unglaublich. Ist ja unglaublich. So. Die hier macht man auch zu irgendwas, ne? So. Ich hab's gleich. Wir fallen gleich völlig erschöpft ins Bett. So. Gut. Ne? Ne? Mein guter Junge. Ah. Es wird morgen schneien. Yay. Das wird toll. Super. Living of the land. Winter. Eine Zeit, wenn die Welt still wird. Jetzt ist eine großartige Zeit zum Minen erkunden, angeln und erforschen und sammeln. 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 Die Versammlung. Upgrade your tools. Ah. Gut. Ja. Upgrade your tools. Genau. Copper. 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 Cabana. Und dann wird das sehen. Yay. 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 Meiner Geologe. Die Chance, dass Edelsteine im Paar auftauchen? Äh. Ne. Ich brauch mehr Erze. Also wenn, dann mehr Erze. Living in the... Oh. Ach, wie schön. Und dann diese Musik dabei. Ach, wie schön. Fangen wir ein... Tintenfisch? Okay. Ah, ist ein Dauberquest. Okay. Alles klar. Ach ja. Wie süß. So. Ach, ist das schön. Guten Morgen, meine lieben Kühe. Esst. Heizung läuft. Gut. Oh, jetzt durch den Schneesturm erstmal rüber zu meinen Hühnis. Hühner. Hallo Hühner. Geht's dir gut? Looks fine. Looks fine. Heizung läuft. Nein. Nein. Alter, doof oder was? So. Esst. Mr. White. Mensch. Wenstens gefriert das Wasser nicht. So. Was machen wir jetzt? Aha. Summer foraging, fall foraging. Mushroom, wild plum, hazelnut, blackberry. Habe ich. Blackberry, wild plum, mushroom, hazelnut. Habe ich. Äh, gut. Boah. Da opfert ich aber eine Menge Holz. 99, 99, 99, 10. Ah, haha. Ah, haha. Wild horse radish, dafudil, leek und dandelion. Leek, dandelion, dafuldil. Winterroot, crystal, snow, krokus. Hm, das sieht, oh. Winterroot. Winterroot. Jam. Ah, ich habe keine Snowjam. Krokus. Snowjam. Äh, gut. Was war das noch? Maple, oak, pine. Pilze, cave carrot. Warte mal. Cave carrot. Pils. Äh. 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 Ich habe keinen blauen Pilz. Naja, aber, boah. Nö. Äh. Hm. Schade. Schade, schade. Gut, aber ich meine schon mal ein bisschen was, ne? Würde ich doch sagen. Ein bisschen was. Äh, habe ich hier alles erledigt? Halt. So. Jetzt habe ich definitiv genug Holz bei. So. Hi Mr. White, spiel nicht zu viel im Schlee. Hm? So. Halt, ich komme nicht durch. Da steht da noch ein Baum. Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ich hätte vielleicht zu. Leer gehen sollen. Ah. Ah. Wo ist denn das? Da. Ach, so schön hier. So. Hallöchen. Hallöchen. So. Spring. Yay. Build completed. Bundle completed. Oh, 30 Frühlingshaben als Belohnung. Cool. Exotik. Äh. Schade. Kein Oak. Ja gut. Also. Ich habe hier die Cave Carrot, den Pilz, das und das. Und jetzt fehlt mir noch eins von den anderen. Okay. Was haben wir hier? Spiceberry, Grape und Sweet Pea habe ich nicht. Mushroom. Mushroom. Habe ich. Habe ich. Habe ich. Habe ich. Tada. Cool. Wieder ein Geschenk. Oh, Herbstsamen. Auch cool. Uff. Uff. Yay. Wieder was fertig. Ein Kohlehersteller. Ein Holzkohleofen. Ja, wie geil. Cool. Cool. Den kann man gut gebrauchen. Yeah. So, was brauche ich denn hier noch? Irgendeine Resin oder eine Kokosnuss oder? Wo kriege ich denn eine Kaktusfrucht her? Verdammt. Ein Snow Jam. Gut. Ein Snow Jam. Also. Dann wird er das. Ach, Sommer brauche ich noch komplett. Ja. Oh. Wer hat denn sowas noch? Obwohl Trauben habe ich, ne? Spiceberry Sweet Pea. Sweet Pea. Sweet Pea. Ne? Ne? Ernsthaft? segundo Pea. Echt jetzt? Echt jetzt? Echt jetzt? Echt jetzt? Ähm... Was soll das? Och... Sag mal... Was geht ab hier? Och... Noch mehr? Oh, dafür gibt's mal... Oh, dafür gibt's ein Gewächshaus. Gut, da haben wir das nächste Jahr ja einiges zu sammeln, ne? Ach du Schande. Ach du Schande. Ach du Scheiße. Oh, nö. Oh, nö. Nö. Alter... Nein! Oh, ich will nicht fischen! Glittering Boulder removed? Der Glitzer an der Stadt... Felsen wird entfernt? Hä? Oh... Le Chef! Friendship! Mit Le Chef! Aha! Ach, da muss ich was kochen und... Ah, ich verstehe! Ich verstehe! Ach, da werde ich gut freund mit dem... Ah, ja. Okay. Okay. Habe ich doch gerade erst irgendwo... Ach, die Blauen. Ah, die Blauen sind sehr begehrt, ne? Oh, was war's noch? Im Heizofen. Da wird's ja wirklich warm, hör mal. Oh, von hier in einem Barren. Das war einfach. Mein Cards repaired! Ah! Ich verstehe! Habe ich, habe ich, habe ich? Habe ich nicht. Habe ich? Äh, habe ich nicht. Habe ich. Habe ich auch nicht. Aber das krieg ich hin. Irgendwie. Okay. Okay, 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 okay. Okay, 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 okay. Wer war das? Leo Gatz, richtig. Äh, okay. Na gut, dann haben wir ja noch einiges Gutes zu tun. Zu tun, tun, tun. Und nun? 12 Uhr. Wo wir gerade hier sind. Hey, Abigail. Hallo, 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 hallo. Hi. Es ist so kalt. Ich wünschte, ich hätte eine heiße Tasse Kakao. Die wir uns teilen können. Ah! Ah! Ja, leider nein. Äh, leider gar nicht. Ah! Verdammt! Ich könnte ein kaltes Spiegelei anbieten. Mh, ne, auch nicht, ne? Nicht so das wahre. So. Die Dinger werden repariert, wenn das... Ah! Ich verstehe. Ich verstehe. Le Konzept. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Wieso muss ich dich da oben töten? Weil sich das hier erst öffnet, wenn... alle Bösen dort sind. So. Mehr ist hier nicht? Okay. Na dann. War ja klar. Ich verstehe. 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 Knack, ne, Knochen. Du Schwein. Na komm doch, Skelly. Skeletor. Stirbst du mal? Einfach mal so? So, ist hier oben noch was? Ich brauche ja auch Kopper für meine Gießkörner nächstes Jahr. Sonst gieße ich mir ja wieder den Wolf. Der Ausgang steht schon fest? Wie geil ist das denn? Frozen Geode. Ich brauche aber eine Frozen Tier. Ist hier noch was? Ist hier noch was? Sag doch mal. Dieser Stein, das sieht verdächtig aus. Ha. Oh, was war denn hier für ein Fest? Hallo Aquamarine Aha, da ist ein Skelletti Cave Carrot So, wo ist der Ausgang? Gfunde 79 Oh, wir schaffen 80 So, es ist 18 Uhr Kriegen wir hin Okay Ich könnte natürlich hier alles absäbeln, aber Ich brauche nur Rohstoffe Yay Firewalker Boots Firewalker I'm a Firewalker Nee Firewalker Chuck Norris The hottest magma Plus 3 defense Plus 3 immunity Plus 2 Ja mein Freund, da müssen wir ja gar nicht lange überlegen, nicht wahr? So, wir haben sehr gute Beute gemacht Und schon geht's wieder nach Hause Es ist 20 nach 7 Und der Winter ist da Ach, ist das schön Ach, schön Knirsch, 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 knirsch Wo finde ich eine Snow Jam? Tja Halt Nein Nein So Ähm Hä Ähm 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 Ich steh grad voll auf dem Schlauch Warte mal kurz Hatte ich nicht mehr Hatte ich nicht Mehr Hm Ich war überzeugt Ich hätte mehr Weißt du, warte, hier tun wir mal dieses ganze Höhlenzeug rein So 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 Ja, ich hab's gesehen Ja, ich hab's gesehen Marmelade ist auch fertig Ähm 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 Komm hier Schuhe rein Das rein Das rein Die waren woanders Ich glaub Ich glaub das Und das war auch hier Ist ja egal So So Was haben wir hier Äh, nächstes Jahr Zack, zack Dann Und Das So